Es gibt kein Google für deine Seele. Es gibt keinen Ratgeber für deine Emotionen. Es gibt nicht dieses eine Handbuch, das dir sagt, wofür du brennen kannst. Ich habe mein Leben lang nach dieser exakten Route gesucht, um mich selbst zu finden. Um mich selbst überhaupt mal definieren zu können. Ich hatte immer das Gefühl, ich bewege mich irgendwo zwischen Himmel und Erde. Wer bin ich? Was will ich? Und wohin geht meine Reise? All diese Fragen sind für mich bis heute unbeantwortet geblieben, aber etwas weiß ich heute mehr denn je. Ich bin eine Suchende. Ich bin eine Forscherin auf dem Gebiet meiner Seele. Ich werde wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage nie ausgereift sein und werde immer das Gefühl haben, nichts zu wissen. Und vielleicht liegt genau dort das Geheimnis von Glück und Erfüllung. Geheimnis von Glück und Erfüllung.